Also Chor ist ganz viel für mich und ganz verschiedene Sachen auch. Chor bedeutet für mich, mich selbst wiederzufinden. Naja, also wenn man im Chor singt, dann sollte man Spaß beim gemeinsam musizieren haben. Also für mich bedeutet Chor einfach Entspannung, da ich sehr gerne singe, aber auch Teamwork sozusagen. Chor bedeutet für mich, dass man sich manchmal überwinden muss hinzugehen, aber dass sobald man dann da ist, dass es dann einem super viel Spaß macht und man die ganzen anderen Mädels trifft. Was mir auch total gefällt ist, wenn man immer in seiner Stimmgruppe an einer Stimme übt und probt ganz lange und dann wird das alles zusammengesetzt, dann kommen auf einmal alle Stimmen zusammen und dann ergibt es irgendwann einfach, dann ergibt es plötzlich Sinn, diese ganze Stimme. Für mich bedeutet Chor auch, dass wir mit der S-Bahn immer da hinfallen. Vor den Proben essen, in den Proben essen. In den Proben sehr viel quatschen. Lachfleisch mitten in der Chorprobe. Jetzt, jetzt kommt sie. Chor bedeutet für mich Chorfahrten, gemeinsam singen und Konzerte. Ja, wenn ich an Chor denke, denke ich an Chorfreizeiten oder Chorreisen in anderen Städten, aber auch einfach hier in Berlin sein. In der Fußgängerzone singen. Vorfreude auf die Konzerte. Viele große Konzerte, große Konzertreisen, die viel Spaß machen. Zusammensingen mit anderen, sozusagen gemeinsam in so einer Gemeinschaft. Wenn jemand Chor sagt, dann denke ich eigentlich sofort an die Freunde, die ich beim Chor habe und die ich ohne den Chor wahrscheinlich gar nicht haben würde. Das Wichtigste ist, dass wir halt gut miteinander harmonieren, also dass wir gut miteinander singen können und dass wir uns gut verstehen. Dass halt meine Freunde auch für mich da sind. Chor ist meine zweite Familie, mit der ich immer Spaß habe. Für mich ist der Chor nicht nur eine Gruppe, in der man zusammen singt, sondern vor allem eigentlich auch eine Familie, mit der man Reisen unternimmt und Höhen und Tiefen durchläuft, musikalisch wie vielleicht auch manchmal gemeinsam in privaten Dingen. Also für mich ist Chor eine riesige Mädchenwande, die zusammen Spaß hat an der Musik. Es ist einfach wichtig für mich, auch das wichtigste Hobby, was ich habe. Immer wenn ich daran denke, dass ich zu Chor gehe, dann denke ich, dass auch so ein befreites Gefühl, weil man ist da nicht so unter Druck gewürzt. Kinder und Kinder Kinder und trucks Mö Gegend Amen.